Ehrlich, ein Orion-Bahn? Pass mal auf, die picken jetzt Seren als erstes. Oh, sie picken Suki als erstes? Was? Okay, wir haben zu rennen, das freut mich. Das heißt, wir können jetzt den Manager-Dealer picken? Was pick ich denn dann? Ich kann ihn picken, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte halt wissen, ob die wirklich das spielen, was sie gepickt haben, oder ob das nur zum Wegpicken war, sozusagen. Aber anscheinend. Schade. Ich wollte mich zu rennen tauschen. Machst du die Leuchte-Zigarre? Ja, logisch, ich mach die Leuchte-Zigarre. Die gute E-Zigarre? Ich würde sagen, die E-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi-Shi. Die Mission startet. Im Doom-Multiplayer gibt es ein Doppel-AP-Wochenende. Ja. Ja. Ungefähr so hab ich auch reagiert. Dann hab ich ein Sterben. Du willst auf Long Range gehen? Ja, ja, logisch. Also, guck mal, wir haben dich und mich als... Ja, gut. Gut, hier haben wir dann schon viel, viel Damage. Viel rein. Nur die Titos und Zugang können halt nicht viel machen. Wir können die Leute beschäftigen halt. Ich komm noch gar nirgendwo ran. Ich brauch da auch nix irgendwie bis jetzt machen. So richtig. Kann da mal reinschießen, einfach mal gucken. Aber ich glaub nicht, dass ich da irgendwas treff. Und vielleicht kriegst du ja so nen Luck-Shot hin. Ja, dann müssten die aber super weit vorgestürmt sein. Das ist unwahrscheinlich. Könnte höchstens Rask oder so. Ja, gut, die haben auch echt viel Range. Die haben ja auch nur Suki und die Gremlins. Ja. Die Gremlins kommen ja erst recht nicht so weit. Okay, da steh ich schon. Da laufe ich rein. Na, jumpen sie rein. Ja. Okay, da haben wir schon mal den jetzt zum Porto oder Frontline-Team gekochen, das ist egal. Frage. Ich wegjumpen. Ich bin ja auch noch sichtbar. Ähm. Ich werd wohl wegjumpen. Ich werd wohl wegjumpen. Okay. Dann jumpen einfach mal in der ersten Runde. Oder in der dritten Runde. Oh Mais. Oh, so cool. Neu. Wieso komm ich denn nicht bis dahin? Da steht einer! Da steht einer! Da steht einer! Ich würd' sagen rekt. Die Gremms haben sich da hingestellt. Arschgeigen. ich glaube ich kann jetzt alle vier treffen mit meinem alle drei trotzdem machen gehört der kork steht leider nicht ganz dahinter ja da steht halt um die ecke sozusagen dann kann ich nicht treffen trotzdem drei leute mit dem mit dem ding treffen ist es ist schon nicht böse ich werde wahrscheinlich trotzdem auf die fresse kriegen oder sie auch einfach ab ich treffe nur noch drei leute weil oder vielleicht sogar vier oder ich glaube ich nicht so weit nach unten doch ein bisschen der schön reingegangen aber auch nicht zu werfen jetzt schon keine lust mehr wenn ich hier die ganze nur umgeworfen werde und Oh, fuck. Gramps schießt auch noch auf mich. Oh, kacke. Ne? Das ist nicht okay. Äh, langsam habe ich ein bisschen wenig Leben, so. Ja, genau. Jetzt wird mir nämlich Suki sonst jetzt einen verpassen. Arrrrg. Das heißt, ich muss weiter ausweichen, als ich eigentlich gerne will. Wir sind jetzt viel zu weit auseinander. Oh, sie hat mich... nicht geschossen? Sie hat sie ja nicht geschossen? Ja, okay. Ich dachte, sie ist eh tot, oder wat? Was zum Kuckuck. Ich muss mal hier unten rückens Heilung holen gehen. Ich kann da gerade nicht hinkommen. Und umständlich bist du auch gleich da oben alleine. Weil so werden können nächste Runde nach uns zu uns nach unten döschen. Ich muss schon sagen, da müssen alle zusammenstehen, das wäre witzig. Also ich mache meinen AOE auch nochmal in die Richtung. Ich erwische eigentlich auch beide, wenn sie halt sich nicht bewegen. Wenn sie sich bewegen, muss man auch mal sehen. Drei Leute ziemlich low bei denen, das ist schon kross. Okay, vielleicht jetzt nicht mehr so sehr. Der heilt sich gar nicht dabei. Oh, ich wünsche ich jetzt wieder drei. Ach nee. Erwischt sie halt mich echt noch. Boah. Boah, ein Hoppe. Ah, tot. Stimmt. Oh, tschüss, der tötet mich. Alles klar. Wollten wir eigentlich noch ein Leben holen, aber ich habe eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so weit gucken können. Aber da sind immer noch zwei low und einer ist eingesperrt. Der hat nicht mehr Bombing, war nicht ready. Hast du nicht den Mod drin, wenn der revealed ist, dass du dem, dass du dem mehr schaden machst? Der macht automatisch mehr Schaden, genau. Du revealedst, aber der war nicht revealed. Ja, und deswegen hast du dich nicht ready oder was? Ah, eine Sekunde, sie ist gerade. Könnte sein, dass ich jetzt tot bin. Darf ich diesmal nutzen, mein Kattern lässt? Payday. Ah, das war, glaube ich, ganz gut. Keine Heilung drauf. So, guck. Ähm. Kork kann dashen. Der, das kann nicht ausweichen. Ich erwische also mindestens zwei mit meiner OLT. Das lohnt sich. Ach, die haben noch eine Suki, stimmt. Ich bin total vergessen. Aber die anderen beiden müssten tot sein. Ah. Er stirbt schon. Ich geh nicht drum. Sehr gut. Aber wie? Du bist schon ein bisschen Nazi. Der Quark kann nix machen, ne? Der frisst dann extra ein bisschen. Ich möchte mich da hinstellen, wo du stehst. Das ist schön. Schön da. Dann geh ich mal ein Stück weg. Boah, der kriegt jetzt so auf den Fresse, der Quark. Ja, logisch. Dolchchenrücken. Kugelrücken. Ah, das war auch noch gemeintes, der Dolch. Ja. Richtig gut. Nächste Runde müssen wir dashen, weil Suki dann... draufholzt. Doch, das gibt's doch nicht. Der heilt sich wohl noch mal ein bisschen, oder? Ne, der hat den Heil-Mod nicht drin. Ja, kann immer noch nicht dashen, oder so. Ja, aber das Problem ist, dass Suki sonst jetzt uns, ne? Könnt ich, glaub ich, mindestens drei jetzt erwischen. Let's get paid. Let's get paid. Ja, eh tot. Also, da machen zwei Leute doch was drauf, dass sie ja stirbt. Aber sie hat gar nicht geholtert. Schade. Ach, du warst das mit der Ulti. Schade. Aber das ist gut, weil jetzt stehe ich nämlich scheiße, und jetzt bin ich weg. Gehe ich am besten hin? Auf die Heilung? Nein, das denken die, dass ich auf die Heilung gehe. Könnte sein, ja. Gehe ich so weit weg, wie ich kann. Ähm. Problem habe ich auch gerade, dass ich das will. So weit weggehen, wie ich kann. Oh, ich krieg Heilung. Also krieg ich 20 Schaden weniger. Oh, sie holt es gar nicht. Cool. Ist das okay? Ja, die hat eigentlich einen im Kopf gekriegt. Och, fuck. Da ist nicht cool, dass der jetzt neben mir steht. Ich habe noch vier Runden, bis ich dashen kann. Ich bin gegen mit am besten. Oh Gott, da sind zwei Runden. Die Suki? Ich komme eh nicht weg, weil ich die ganze Zeit gesloutet bin. Ohne dashen komme ich nicht weg. Ja, die haben eine Suki, und die könnte jetzt doch irgendwann mal ulten. Aber ich vermute, ich bin jetzt gleich richtig tot. Und wenn ich die haste, Chris? Dann habe ich halt den Slow wieder ausgeglichen, aber. Ich meine, dafür wäre der Catalyst ganz gut. Der Rote. Der Schild-Catalyst, der ganze Adrenalin mitnehmen. Ja, ja, schon, aber. Ich habe halt Might dafür mitgenommen, vorhin von meiner Ulti. Ob sie nicht weiß, dass sie eine Ulti hat? Ich denke, wir sind hertreffen. Okay, das ist nicht gut. Jetzt sieht es scheiße aus. Oh, ich däsch dann mal, ne? Das ist gemein, wenn, weißt du das? Ich däsch dann mal. Wir können sie aber töten, fällt mir grad so ein, ne? Na fuck, zu spät. Wir hätten sie aber töten können. Wir hätten nur noch 53 Leben. Wenn sie ultet, kann sie sich ja nicht bewegen. Und dann hätten wir 5 Kills gehabt. Aber dann... Alle 4. Läuft. Ist das das Ding, äh, von Surrender? Das Weak-Ding auf dem Kopf, das Kreis-Kreisdrehen da? Wahrscheinlich. Ja, ja, das ist das Weak-Ding von Surrender, ja. Das heißt, ich krieg jetzt Might. Uh! Ja, du kriegst jetzt Might, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Du mächtig tot. Oh, Ben, du kannst wegdashen, ne? Ich habe Ulti. Ich nehme einfach alle mit. Fuck it. Dann sind sie eh alle tot. Alle tot. So, die kann eh nicht ausweichen. Also, jetzt ernsthaft. No, GG. Das können nur Rask und Dingens ausweichen. Ah, verdammt. Ah, ne, die Heide hab ich nicht gedacht. Ja, mehr möchte ich jetzt eh nicht machen können. Was ist schon alles gegeben? Aber jetzt kannst du immer nichts machen. Jetzt kriegt sie die Ulti von ihm. Nice. Und ich mach auch zehn extra damit, weil sie weniger leben. Ah, ja, sie ist tot. Sie ist sowas von tot. Aber ich folgst trotzdem. Das kann sein, dass... Naja, zwei kriegen sie nicht down. Naja, die 168 kriegen sie nicht weg. Ne, ne, unwahrscheinlich. Selbst wenn sie alles da draufhauen. Und guck mal, der geht schon auf mich. Die kriegen mich eher weg. Aber... Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Oh, das ist ja ein bestes Game, du hast so viel damage gemacht. Ja. Ja, die wollen mich im Link haben. Und... Und den Support. Dead. Doppelt dead. 6,4. Ich dachte, wir verlieren das. Kostet. Kostet. Oh, 60%. 70%. Woo. Da haben viele aktiviert. Warum sieht man... Ach doch, jetzt sieht man das woanders. Einer im Gegnerteam hat noch. Der Rasker hat noch GG aktiviert. 630 Damage, ich hab mal rausgehauen. Kriegt man hier mehr XP? Kann das sein? Ach nee, ich hab ne Quest abgeschlossen. Play 5 Matches. Alles klar.